Ja, ich freue mich auch, dass Sie wieder Zuschauer haben. Ich wusste nicht, aber Sie sagen 6.000, aber ich freue mich auch. Es ist gut für alle, dass wir vor Zuschauer spielen. Da bin ich total beim Trainer. Wir sollten nicht darüber nachdenken, ob es schwieriger oder leichter ist, sondern froh sein, dass Zuschauer wieder im Stadion sein können.